Halt! Geheime Arbeitpolizei, ich bin im Einsatz hier. Sie müssen trotzdem mitkommen. Wer seid ihr denn? Für wen arbeitet ihr überhaupt? Das werden Sie schon merken. Steigen Sie in den Wagen. Na gut. Was soll denn der Quatsch? Sie sehen doch, wie aufgeregt ich sowieso schon bin. Moment, Sie... Oh! Kleine Schläge auf Firmen unterstützen die Denkfähigkeit. Was ist denn du? Links oder rechts? Entscheide dich, du Spargel, ich hab nicht so viel Zeit. Du glaubst, du kannst schliften gehen, aber nicht mit... Was ist dir bequem, Billy? Herz! Unter, dass du die Hand springst. Salami in Kolo! Oh, sie geht her!